Ich hoffe, dass unsere Protokollführer das alles ganz genau übersehen. Meine Damen und Herren, insbesondere mal auf der Besucherbank. Das kann ja kein Mensch von Ihnen nachvollziehen. Das geht den Kollegen hier auch so. Deshalb haben wir einen genauen Fahrplan. Und dieser Fahrplan sieht so aus, dass in den Ausschussberatungen, im Bundesrat gibt es wie im Bundestag Ausschüsse für Arbeit und Soziales, für Innenpolitik, für Europapolitik, eine ganze Fülle von Gesetzeswerken und Verordnungen vorberaten werden. Die haben manchmal 100 Seiten und 57 verschiedene Anträge. Das Ziel ist es, nach Möglichkeit diese Diskussion so zusammenzubringen, dass man manches zusammenfasst und im Block abstimmen kann, weil man nicht zu jedem Thema hier 16 Länder unterschiedlich vortragen muss. Aber umgekehrt gibt es sehr unterschiedliche Länderinteressen. Den Küstenländern sind Fragen des Fischfangs wichtig. Bayern ist alles wichtig, aber aus Sicht von Hessen ist das nicht so wichtig. Länder mit Bergbau sind natürlich ganz anders in solchen Fragen engagiert. Wie sollte man die nicht haben? Deshalb haben wir sehr unterschiedliche Interessenlagen, die wir versuchen müssen zusammenzubringen. Und das führt dann, wie bei dem Thema hier, ich habe es mal gerade überschlagen, zu 60 einzelnen Abstimmungen. Da wollen wir gemeinsam hoffen, dass genau notiert wurde, wie das jetzt im Abstimmungsergebnis ist. Am Ende wird daraus nochmal eine Gesamtübersicht gemacht, damit man grob mit den Dingen umgehen kann. Es geht aber, wie Sie selbst wissen, manchmal wirklich kommt es aufs Wort an. Und deshalb müssen wir hier genau sein. So. Und dann müssen wir hier genau sein.